Den Waranen im Lumpini-Park in der thailändischen Hauptstadt Bangkok geht es jetzt an den Kragen. Eigentlich sind die Eidechsen bei den Bewohnern und Touristen beliebt. Allerdings sind sie hier so zahlreich geworden, dass es immer mehr Beschwerden von Anwohnern gab. Die Behörden der Stadt fangen die Tiere jetzt nach und nach ein. Angeblich haben sie fast alle Fische in den Gewässern des Parks gefressen. Außerdem seien sie sogar eine Gefahr für Jogger und andere Parkbesucher. Einen Vorwurf, den die Biologin Tunjai Nochdamrong allerdings zurückweist. Im Gegenteil, die Eidechsen seien sehr nützliche Tiere, sagt sie. Wasserwarane fressen andere tote Tiere und beseitigen deren Kadaver. Die fressen auch Ratten. Deshalb räumen sie die Natur auf und helfen dabei, dass Krankheiten sich nicht ausbreiten können. Von diesen Argumenten unbeeindruckt setzen die Behörden in Bangkok die Jagd auf die großen Eidechsen fort. Allerdings droht ihnen keinesfalls der Tod. Vielmehr sollen sie in einen Naturpark im Süden von Bangkok gebracht werden. Vorausgesetzt, die scheuen Tiere lassen sich auch wirklich einfangen. Vielen Dank. Vielen Dank.